Nach jahrelanger Forschung und unzähligen Experimenten haben wir die nächste Entwicklungsstufe des Küchenherdes erreicht und ein entsprechend innovatives Produkt patentiert, den Heizungsherd mit Sturzbandtechnik. Das Gerät entsteht aus den Anforderungen, höchste Wirkungsgrade mit den geringstmöglichen Verbrauch umweltschonend und emissionsarm zu kombinieren. Traditionelle Heizungsherde beruhen auf dem Prinzip, dass Heizkessel und Herzplatte direkt von der Holzverbrennung erhitzt werden. Bei der Holzvergasungstechnik, auch Sturzbrandtechnik genannt, hingegen dient die Primärverbrennung nur der Holzvergasung. Letztere wird dann aufgrund eines speziellen natürlichen Luftzugsystems und durch die Zufuhr von Sauerstoff über spezielle unterhalb der oberen Feuerraum gelegenen Luftkanäle in einen zweiten Feuerraum nach unten abgeleitet und erzeugt so den sehr effizienten Sturzbrand. Die Sturzbrandtechnik ermöglicht höchste Vergasungstemperaturen, ist extrem umweltschonend, ergibt minimale Aschebildung, ist sehr emissionsarm und reduziert den bisherigen Holzverbrauch bis zu 40%. Der äußerst konstante Wirkungsgrad ist vergleichbar mit einem gasgefeuerten Heizkessel, über 92%. Die entwickelte Leistung ist nicht proportional zur Brenngutmenge. Im Gegensatz zu den Heizungsherden mit herkömmlicher Brenntechnik, für welche die Leistungsabgabe bei abnehmender Holzmenge auch abnimmt. Energie wird nahezu linear bis zum letzten Holzkohlestück produziert. Ein weiterer wichtiger Vorteil des Sturzbrandherdes ist die Steuerungsmöglichkeit der Wärmeverteilung. Für den Kochbetrieb wird die Wärme unter die Herdplatte und rund um den Backofen geführt. Für den Heizbetrieb kann die Kopffunktion nahezu abgeschalten werden und die gesamte Leistung direkt zum Heizkessel weitergeleitet werden, welcher im hinteren Teil des Gerätes angelagert ist. Damit wird Warmwasser erzeugt, ohne den Aufstellungsraum zu überhitzen, da sich die Abstrahlungswärme auf ca. 1,5 Kilowatt beschränkt. Diese einzigartige Umschaltmöglichkeit ist insbesondere in Passivhäusern oder Klimahäusern sowie auch während der Übergangssaisons unabdinglich. Die Serienausstattung umfasst fünf Rauchrohranschlüsse, einen Anschluss für externe Luftzufuhr, naturzuggekühlte Seitenwände für den direkten Einbau zwischen Möbeln, einen höhenverstellbaren Sockel, einen innenbeleuchteten Backofen in Edelstahl mit ausziehbaren Schienen, eine elektronische Steuerung und eine bequeme Holzlade. Auf Anfrage kann Letzteres durch ein Thermokit für eine einfache Integration in die Heizungsanlage ersetzt werden. Unser Ziel war es, den mit Pelletöfen übersättigten Markt mit einem innovativen Küchenpelletherd zu bereichern. Unser Südtiroler Forschungslabor hat das Verbesserungspotenzial der derzeitigen Herde im Handel ermittelt. Dieser Grundlage entstand ein Pelletherd von höchstem Niveau. Zum Kochen auf einer großzügigen Herdplatte mit verschiedenen Kochzonen, zum Backen in einem optimal integrierten stromlosen Backofen und mit einfacher Befüllung des Vorratbehälters. Dies ist durch ein weltweit einzigartiges, innovatives System zur Befüllung von unten möglich. Dieses patentierte System lässt bis zu 30 kg Brennstoff, zwei Säcke, äußerst einfach und mühelos nachfüllen. Die Vorteile sind unmittelbar und groß. Kein unnützes Anheben der schweren Pelletsäcke, wie es bei Nachfüllen der Pellets von oben. Mehr Nutzplatz auf der darüber liegenden Herdplatte für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Kochfelder mit unterschiedlichen Temperaturzonen. Deutliche Risikoreduzierung während des Nachfüllens der Pellets bei brennendem Herd. Eine spezielle Rauchleitplatte ermöglicht eine gleichmäßige Erhitzung des Backofens, welche aus rostfreiem Stahl gefertigt ist. Die Temperatur kann über die wählbaren Leistungsstufen auf einfache Weise geregelt werden. Die Seitenwände sind für moderne Einbauküchen zugelassen und zertifiziert. Der Pertinger Pelletherd eignet sich dank einer 10 kW Wärmeleistung einem Wirkungsgrad von über 90% auch zum Beheizen der Wohnräume. Das Arbeiten vor dem Herd bleibt angenehm, denn die Brennkammer besitzt eine selbstreinigende und isolierende Mehrfachverglasung. Die Fernbedienung des Herdes sorgt für noch mehr Komfort. Die fünf Leistungsstufen sowie die Tages-, Wochen- oder Wochenendfunktionen können mit drei Zeitprogrammen wie gewünscht programmiert werden. Natürlich ist auch der integrierte Thermostat für die Temperaturregelung an einer gewünschten Stelle im Raum. Die Serienausstattung des Herdes umfasst einen Anschluss für externe Luftzufuhr, für den Einbau in Passivhäusern und oder Klimahäusern, eine Stahl- oder Glaskeramikherdplatte, einen innenbeleuchteten Backofen mit ausziehbaren Schienen, einen von 85 bis 91 cm höhenverstellbaren Sockel, einen Pelletsensor mit Nachschubmeldung nach Verbrauch der ersten 15 Kilo und vier verschiedene Rauchrohranschlüsse. Seitlich rechts oder links, oben oder unten. All unsere Küchenherde und Heizungsherde sind für den Einbau in der gesamten Europäischen Union zertifiziert. Auch in den Ländern mit den strengsten Umweltvorschriften. Diesen zwei Produkten eröffnen wir neue Horizonte in der Beheizung und bestätigen erneut, dass wir von Pertinger laufend die Zukunft neu erfinden.